Hier gibt es was Besonderes. Hier schauen Sie euch her, ein Reis mit einem Fleisch. Das ist gutes Essen, ja. Das ist wie mein Großvater, ja. Hab ich gekocht mit Reis und Fleisch. Nennt man Reisfleisch, ja. Ja, das ist was Gutes, ja. Das kann man kosten, ja. Das ist was Gutes, ja. Das ist ein Gesächtes. Wie wunderbar. Hast du sowas Gutes schon irgendwo gekriegt, ja. Nein, sowas Gutes, ja. Gibt es nur bei mir, ja. Da schau her, da ist ein Fleisch, ja. Und hier ist dieser Reis. Reis von gestern sogar. Ja, das hab ich gekocht. Und das ist ja gut, ja. Ja, hast du sowas Gutes schon einmal gekostet, gekostet, wirklich, ja. Nein, nein, ach, wirklich, ja. Sowas gibt es nur bei mir, ach, ja. Woanders, wennst du essen gehen willst, doch, ja. Kriegst du sowas Gutes gar nicht, ja. Denn sowas Gutes kann nur ich machen, ja. Denn ich bin ein großer Koch, ach, wie wunderbar. Ja, können die anderen auch so gut kochen, ja. Ich muss dir sagen, leider nicht. Denn sie verstehen das Ganze nicht. So, hör, auch ein Salz hab ich da. Da kommt Salz und denkst du rein, ja. Und Knoblauch und so weiter, ja. Dass der Knoblauch im Hirn steigt. Und ein bisschen nachdenken kann, so, ja. Das ist ja ein Essen, ja. Wie vor hunderttausend, ja. Hat es einer mehr erfunden, ja. Ja, ich hab's wieder erfunden, ja. Ja, das ist ein Essen, ja. Das muss man kosten, wirklich, ja. Wennst du sowas Gutes zusammenkriegst, ja. Dann kannst du dich bei mir melden, ja. Aber ich glaube, so gut wie das wirst du niemals schaffen, ja. Denn was ich gemacht hab, ja, das ist die Krönung der Schöpfung, ja. Ja, auf Wiedersehen.